Hallo, wie hast du denn? Steffi aus? Coesfeld. Du hast geübt? Ja, sie hat geübt, ein bisschen geübt. Okay, wir versuchen es. Warte mal, ich mache noch mal Platz. Es gibt auch eine Choreografie, gleich geht es hier richtig auf. Meine Damen, Steffi, ne? Habe ich mir gemerkt. Wow. Meine Damen und Herren, für euch jetzt auch das Coesfeld, die Steffi, der neue wiedergehende Stern an uns zu schlagen wird. Und wir sehen zusammen, du und ich. Die Party ist vorbei und es ist die Zeit zu gehen. Hallo. Und leider sind wir zwei, die einzigen, und wir hier noch stehen. Und wenn wir auch nicht wollen, was alles ist, wie war. Denn wir haben heute Abend, keine andere Wahl. Keine andere Wahl. Heute Nacht wollen wir uns lieben, denn in der Not ist der Teufel fliehen. Und wenn du und ich, das geht eigentlich nicht. Lass uns ein Dank hintereinander schlafen, für uns dafür auch ein wenig zu schlafen. Und wenn du und ich, das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Ich fand dich schon immer scheiße und ich weiss genau, warum. Du bist nicht nur hässlich, nein, du bist auch noch dumm. Ich sag dir auch nicht, wie ich heiße, so ein kranker Typ wie du. Aber ich wissen, Baby, und der hört dir auch nicht zu. Und der sitzt auch nicht. Heute Nacht wollen wir uns lieben, denn in der Not ist der Teufel fliehen. Und wenn du und ich, das geht eigentlich nicht. Ein Blick. Und lass uns auf einen Tee, bevor wir uns in die Arme singen. Wenn du und ich, das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Wir machen auch das Licht aus, damit wir uns nicht sehen. Und lass uns freuen, und wenn du und ich, das geht eigentlich nicht. In der Nacht wollen wir uns lieben, denn in der Not ist der Teufel fliehen. Und du und ich, das geht eigentlich nicht. Lass uns zur Nacht miteinander schlafen, und uns dafür auch ein wenig bestrafen. Und wenn du und ich, ich pyten, das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Alles nicht dass geht eigentlich nicht. Das ist die ganze Phase. Es geht, es geht, es geht, eigentlich nicht Das war super, das war normal, aber nicht jetzt, ich muss arbeiten Alles klar, ich bringe dich noch ein Stück raus, der Charlie, der zärtliche Handwerker